Der Clip of the Day kommt am ersten Tag des Songkran-Festivals heute aus dem Terminal 21. Ein Grund, allen meinen Thai-Freunden und allen, die in Thailand leben, Happy Songkran zu wünschen. Der Clip of the Day kommt am ersten Tag des Songkran-Festivals heute aus dem Terminal 21. Der Clip of the Day kommt am ersten Tag des Songkran-Festivals heute aus dem Terminal 21.